Mamas Ein ist eben oft auch ein Knochenjob, auch wenn sich Herzog in Karte, 37, in der Öffentlichkeit immer perfekt gestylt und mit einem Lächeln im Gesicht präsentiert, hatte auch sie in ihrem Leben schon mit dem ein oder anderen Problem Chant zu kämpfen. Wie so viele andere Frauen auch, musste sie erst in ihre Mutterrolle hineinwachsen. Die Dreifach-Mama hat das mittlerweile geschafft, doch heute weiß sie, früher war sie viel zu naiv. Wie mir berichtet, sprach Karte bei einer Konferenz zum Thema psychische Gesundheit von Kindern in London über ihre bisherigen Erfahrungen, In den letzten acht Jahren habe ich mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammengearbeitet und einige unserer führenden Experten in den Bereichen psychische Gesundheit, Sucht, Familienzusammenbruch, Obdachlosigkeit und Bildung getroffen. Dabei habe sie gelernt, wie wichtig die ersten Jahre der Entwicklung für die Zukunft der Kinder sind und dass sie als Elternteil sehr naiv gewesen sei und nicht realisiert habe, wie ausschlaggebend diese frühen Jahre wirklich sind. Als Mutter von drei Kids gestand sie außerdem, sie habe erst mal selbst lernen müssen, dass die Ursache für viele der heutigen sozialen Probleme bis in die allerersten Lebensjahre und oft über Generationen hinweg zurück zu verfolgen sind. .